Ich breche auf! Jawohl, Sir! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Kein Problem! Sofort, Sir! Auf jeden Fall wieder ein Heli! In Ordnung! Einheit verloren! Jawohl, Sir! Kommt, Leute! Bestätigt! Breche auf! Jawohl, Sir! Hier ist dieser blöde Panzer! Dann! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Einheit verloren! Und der ist noch fast voll! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Und der Schack! Verdammt! Sofort, Sir! Schon dabei! Schon dabei! Sofort, Sir! Sofort, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Jawohl, Sir! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! Breche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Beide! Hopp, hier! Man hat einen Kornatmann, nebenbei, kann er aufschmeißen! Jawohl, Sir! In Ordnung! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Wenn ich nämlich nur das Ding schießt, dann ist das blöd, dann verlieren wir die ganzen Männer nur bei der... Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Bestätigt! In Ordnung! in der dritten mission so kläglich scheitern ich meine der wird uns schon zerstören bestätigt jawohl jawohl breche auf ich habe ich habe ich habe Ja. Ja. Und nur hoffen, dass es nur den Einen gibt, ey. Ja. Und der Ecke ist auf jeden Fall schon die Basis. Einheit verloren. Einheit verloren, Einheit verloren, der Einsatz ist fliegelöscht Okay, in dem Fall wissen wir jetzt über den Panzer kaputt... ...ich schon mal... ...schönen Die globale Defensiv-Initiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag Die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen Unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus Und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberiumvorkommen verschafft zu haben Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberiumkristallen Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minion an Aufwand einfach einzusammeln Deltasierer Echo an Kommandanten, nähere mich dem nächsten Ziel Wir überfliegen gerade die Grenze und wir haben ein Problem hier Nod hat beim Überfall eine Menge aktivierter Pellets erbeutet Und leider sind diese Dinge der erste Punkt auf der Einkaufsliste Zehn Dinge, die Heimwerker für einen Nuklearsprengsatz brauchen Wir müssen sie wieder haben, Shepard ist immer noch offline, aber wir können nicht warten Dazu ist diese Angelegenheit viel zu wichtig Also marschieren das Camp der Noddies und sammeln die Pellets ein, bevor die Nod-Vögel sie ausfliegen können Die Behälter waren in Transportkisten verpackt, ich bezweifle, dass Nod Zeit hatte sie umzuladen, aber Halt auf jeden Fall die Augen offen, lass sie tanzen Dann schleifen die da rein, aber die Pellets haben wir uns keinen So, jetzt können wir auf jeden Fall Jawohl, Sir, 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 in Ordnung So, jetzt können wir die ganz klein noch nicht auslösen können Sofort, Sir! Los, zum Granatmänner Geht los, Sir! Ja, mit dem Panzer, da dürfen sich nur die Männer mit anlegen Ich traue das nur, da kann ich nicht weit weg Ich versuche auch, sich nur Da lang zu gehen, was wir echt brauchen Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! So wenig Gegner wie möglich abwischen, ey In Ordnung! Breche auf! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir, kein Problem Meine Barzeuge Ich bin unerfektiv gegen die Ich bin unerfektiv gegen den In Ordnung! Schon dabei! Breche auf! So, das ist der Weg, wenn wir mal lang gehen Wenn wir natürlich links und rechts wieder ein paar Blicken Und wir brauchen uns eigentlich in der Leitung nahe Aber irgendwann kommt jetzt auch so ein kleines Volkchen ein Gegner an Man muss schön, schön die Einheiten zusammenhalten Ich sage, niemand einzeln irgendwie Hier Breche auf! Die Gegner stößt Aber jetzt könnte das auch direkt sein, wo In Ordnung! Einige mehr Gegner auf einmal kommen In klar, Sir! Kein Problem! Kein Problem! Kein Problem! Weg, 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 weg! In Ordnung! Breche auf! Schon dabei! Schon dabei! Ich kann an ihre Scheiben wirklich am effektivsten zu sein in der Weise In Ordnung! Geht klar, Sir! Jawohl, Sir! Breche auf! In Ordnung! Schon dabei! Erst mit von das, was er von hinten kommt Das kommt das, was er von hinten kommt Was schon gerade von dem Panzer Verdammt mich, ey Was ist das zuerst, was war's zuerst, was war's zuerst Was sind alle prima? In Ordnung! Ja, wohl, Sir! Einheit verloren! so 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 so, ja! Jawohl Sir! In Ordnung! Breche auf! Breche auf! Nicht geformt, nicht ein erstes Form. Oder... äh... zu landen, besser gesagt. Sofort Sir! Sind die hier... ...kürzeln. Breche auf! Das ist immer sehr, sehr gut. Breche auf! Breche auf! Ja! Jawohl Sir! Breche auf! Einheit verloren! Einheit verloren! Einheit verloren! Jawohl Sir! Einheit verloren! Einheit verloren! Geht klar Sir! In Ordnung! In Ordnung! Jawohl Sir! Einheit verloren! Ich hier nicht verloren! Beide... Schieße auf! Und schieße auf! Jawohl! Einheit verloren! Jawohl! Einheit verloren! Prozent 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 der Oben direkt Prozent Prozent breche auf und es bleibt geschafft, die bauen zumindest nichts mehr das ist auch gut hab ich wenig geschürztet ja wohl, nein, ja wohl, nein ich kenne meine schön weiter schieb schön weiter schieb jawohl bestätigt der alleine bestätigt jawohl breche auf ja hört da geht klar sieht man vielleicht ein bisschen schneller aus jawohl bestätigt also zwei fehlen schon breche auf ganz unten ran da kommen neue einheiten breche auf breche auf breche auf in ordnung in ordnung in ordnung in ordnung breche auf jawohl in ordnung sollte man jetzt eigentlich geschafft haben jawohl jawohl bestätigt was was oh nein oh nein oh nein jetzt müssen wir das echt nochmal machen oh nein das ist doch furchtbar das ist doch furchtbar oh man oh man oh man aber jetzt können wir die andere hohe die 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 geht klar breche auf in Ordnung in Ordnung breche auf jawohl Sir das haben wir schon mal probiert warum wir nicht auf die Idee gekommen einfach von dort aus dem Gebäude anzukommen die Granadierer mussten die Granadierer jawohl Sir jawohl Sir jawohl Sir jawohl 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 einheit verloben los jawohl Sir jawohl Sir jawohl Sir breche auf in Ordnung breche auf in Ordnung breche auf breche auf ah hier lang 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 sofort Sir breche auf breche auf dann sind wir uns auch nicht mehr hin daher schon dabei in Ordnung ja genau schön die Granaden runter schreien sorgt in Ordnung geht klar Sir geht klar Sir dann verdammt verdammt nöte Panzer hier unten ey jawohl Sir erstmal ins Auto jawohl der ja 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 sofort ja Oh Gott, was kommt denn da eingerannt? Und dieser blöde Panzer, das sind die ganzen Männer von hier unten. Oh Mann, dieser blöde Panzer hätte ich hier oben eingefahren. Einheit verloben. Das ist doch zu kratzen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Der Panzer schafft wir nicht durch. Einheit, verloren. Im Sektiv noch landen. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Einheit, verloren. Nimm den Panzer ganz mit in der Nähe. Kommt schnell unten lang. Einheit, verloren. und schädig unser ganz mit in die Ecke denn der Schirm weit fahren muss ja ja wohl ja wohl ne 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 ja wohl ja wohl oder bei der Einzelkopf ja 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 blöde Panzer ja 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 bestätigt Entschuldigung, das Gegner bringt Eimer Ich dürfte aber oft suchen Jawohl, breche auf Ich muss gerade rein hier Breche auf Jawohl, in Ordnung Schießschiff, das haut noch voll Jawohl, wo du voll rückstehst Breche auf noch nicht mehr Wir haben einen verloren Ja, wir haben einen verloren Jawohl, Sir Jawohl, Sir Jawohl, Sir Reiche auf Ah, das ist ein Raketen, oder? Reiche auf Reiche auf In Ordnung In Ordnung In Ordnung Jawohl, Sir In Ordnung Ich komm, was kann Mischleid nicht kaputieren ja ich glaube ich muss die Kiste einsammeln wir müssen trotzdem dann mal unten lang in Ordnung breche auf in Ordnung sofort ganz sofort sofort in Ordnung jawohl die alle Einzelnen kommen mag das ja ein Fleisch sogar noch geben in Ordnung in Ordnung in Ordnung in Ordnung das sind wahrscheinlich schon zu viele ja in Ordnung in Ordnung Einheit verloren Einheit verloren jawohl Zahl bestätigt ist schaffe nicht jawohl z bestätigt gut wir laden schon noch jawohl Zahl jawohl Zahl ja ja die erste Rakete ist aber auch schwer ein heute Einsatz ist viel geschlagen ja ja wir gehen aber wieder jawohl Zahl breche auf oben rum breche auf jawohl jawohl schon dabei in Ordnung jawohl jawohl sir kein Problem schon dabei schon dabei schon dabei in Ordnung jawohl sir breche auf jawohl breche auf jawohl jawohl breche auf wieder so wenig Leute wie es geht zu drücken ich sehe schon dabei jawohl sir ich werde diese blöde Helikopter da da auch immer kommen da sind immer ein Haufen Einheiten ich kann nicht gerade die ganzen Einheiten kommen waren sofort sofort in Ordnung Einheit verloren kein Problem geht klar sir jawohl Zahl jawohl Zahl jawohl schon dabei jawohl 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 verletzt breche auf schon dabei geht klar geht klar geht klar sir in Ordnung sofort Sir breche auf schon dabei schon dabei breche auf jawohl und Einheit verloren jawohl 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 geht klar Sir breche auf breche auf in Ordnung Einheit verloren breche auf warte mal erst mal das was nach oben kommt jawohl jawohl ich bin mit dem Panzer schön alleine davon das wurde zum anderen Geld nicht entgekommt jawohl Einheit verloren Einheit verloren. Oh nein. Wir müssen noch drei mennen. In Ordnung. Jawohl, sofort, Sir. Da sind keine Granadierer mehr. Breche auf. Verdammt. Schon dabei. Keine Chance gegen den Blöden. Jawohl, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Vor allem, wenn er so einfach überfährt. Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Breche auf. Was? Jawohl, Sir. Recher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. In Ordnung. Sofort, Sir. Schon dabei. In Ordnung. Schon dabei. reich auf anzogiersteller auch noch ein haufe einheit ob ich schon wieder welche entlegen gerannt noch viel zu viele auf dem weg verloren jawohl in ordnung ja ja auf ob das wieder klappt in ordnung jawohl jawohl das stimmt in ordnung jawohl 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 breche auf jawohl breche auf breche auf breche auf breche auf breche auf in ordnung breche auf breche auf jawohl jawohl doch jawohl jawohl Aber das ist ja schon ein Problem. Wir müssen uns stehen lassen. Oder die Kanadierer brauchen. Einmal haben. alle unsere Einheiten immer schön zusammenbleiben bestätigt in den Bäumen laufen würden vielleicht sogar in Ordnung jawohl brecher auf in Ordnung brecher auf bestätigt jawohl in Ordnung brecher auf bestätigt jawohl zahl brecher auf brecher auf brecher auf brecher auf bestätigt bestätigt jawohl zahl in Ordnung jawohl zahl jawohl zahl jawohl zahl jawohl zahl scho in Ordnung in Ordnung in Ordnung brecher auf brecher brecher auf brecher auf brecher auf brecher auf brecher auf brecher auf habe ich Schwester den Panzer zu kriegen. Hauptsache, der fährt nicht wieder einfach drüber. Ich habe die Typs gewusst. Das ist die Typs. Jawohl, Sir. Wer steht hier? Jawohl, Sir, jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Breche auf! Versteh ich? Jawohl, Sir, streb ich. Na hin! Die Verstärkungen sind eingetroffen. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Verständigt. Verständigt. Breche auf. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Geht man weg? Ne, los. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Oh, blöde, Miss Ding. In Ordnung. Jawohl, Sir. Breche auf. Jawohl, Sir. In Ordnung. Daher ein ganzer Haufen Gegner getriggert. Jawohl, Sir. Schaden. Breche auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Breche auf. Jawohl, Sir. Support, Sir. Support, Sir. Support, Sir. schon dabei. Breche auf. Breche auf. Geht klar, Sir. Breche auf. Schon dabei. Auf jeden Fall noch mehr Gegner wie sonst. Vielleicht schaffen wir, dass die... schon dabei. Die Herren. Breche auf. In Ordnung. Generell ist das so. Jawohl, Sir. In Ordnung. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Schon dabei. Kein Problem. Ja, wohl, Sir. Schon dabei. Ja, wohl, Sir. Jawohl, Sir. Kein Problem. Oh, ich muss mal los. Oh, ich muss mal los. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Weil ich ranadiere. Jawohl, Sir. Achtung. Breche auf. Verstärkungen sind eingetroffen. Jawohl, Sir. Ach. Einsatzziel erreicht. Oh, endlich. Kriegsopfer Bialystok. Noch gestern eine glückliche Gemeinde von friedlichen Farmen. Heute ein Schlachthaus. Ein weiteres Zeugnis der geisteskranken GDI-Angriffe auf die Menschheit. Ein weiteres Dorf, das dem Erdboden gleichgemacht wurde von der GDI und ihrem fehlgeleiteten Anführer, General Mark Shepard. Und welches Verbrechen musste Bialystok begehen, um so gestraft zu werden? Zuverlässigen Quellen zufolge war die GDI sicher, dieses harmlose Dorf sei verwickelt in die Herstellung und den Abtransport von Tiberium. Wann wird dieser Wahnsinn enden? Wohl erst, wenn General Shepard und seine Vision von der Weltherrschaft gestoppt sind. Das war Greg Badet. Bialystok. Jo. Schnitt! Exzellent. Nur noch einmal in Französisch und Englisch. Ich will, dass 300 Kopien gezogen und verschickt werden an alle europäischen TV-Sender. Wir haben den Satelliten noch für 10 Minuten. Läuft die Kamera etwa noch? Das war echt schwer. Ich bin ja nur kein großer Freund. Und die laufen mit deinen Männeln alleine durch die Gegend. Und die Regen. Das ist echt ein bisschen suspekt. Ich mag diese Maps wirklich nicht. Ich mag mal zwei Einkaufsziele. Aber wir beenden das Ganze hier erstmal. Ich muss eigentlich erstmal ein Ziel auswählen. Was ist das? Spice an? Oh, wir können nicht mehr spice an. Okay. Na, also spice an. Und jetzt kommen wir hier. Jetzt kommt die Waffe. Wir werden die Waffe wieder in den Waffe. Wir werden die Waffe wieder in den Waffe wieder in den Waffe wieder in den Waffe. Ja, das habe ich bei euch. So, dann brechen wir das Ganze hier mal ab, oh jei, morgen gibt es dann neun Stream, beziehungsweise morgen geht es ja weiter, ja, schön auf Pitch, dann schauen wir mal, müsste es ja langsam in Richtung Basenbau gehen, Panzerbau und so, nehmen wir an, das wird schon noch interessant, mal schauen, wie wir das machen, Hauptsache, wir haben die wieder so allein laufen, oh ne, das hat ja jetzt wirklich eine halbe Ewigkeit gedauert, also wir haben es geschafft, so, dann verabschiede ich mich mal, ich sage, Herr Faust.